Im Januar gab es im Gemeinderat Winterthur einen Vorstoss, der eine absolute Nachtruhe zwischen 10 Uhr abends bis 7 Uhr fordert. Da sind auch die Kirchen damit gemeint. Jeder andere Lärmverursacher muss sich an die Ruhezeiten halten. Und da ist eigentlich der Lärm der eigentliche Zweck. Von daher muss man es vielleicht schon etwas anders behandeln. Man kann nicht einfach sagen, sie müssen so leise wie möglich sein. Aber ich denke mindestens in der Nacht haben die Leute auch recht auf Ruhe. Und die, die dann ganz nahe wohnen, dort ist es dann schon recht laut.